Nach drei Monaten ist das Bauer sucht Frau Traumpaar Heiko und Ulrike derzeit wieder vereint, doch Fans machen sich Sorgen. Der arme Heiko, kommentiert etwa ein User. Bauer sucht Frau Heiko und Ulrike. Fernbeziehung mit Hindernissen. Sie waren das Traumpaar von Bauer sucht Frau International, doch nun ist erstmal Warten angesagt. Der Umzug von Heiko, 56, zu Ulrike, 57, nach Brasilien stellt vor allem den bayerischen Hofmann vor unerwartete Hürden. So ein internationaler Umzug ist mit diversen, unvorhergesehenen Kosten verbunden, die im Moment meinen Rahmen sprengen, klagte der Kemptener gegenüber Okamag. Ulrike hingegen wird langsam ungeduldig. In ihrer Profilbeschreibung auf Instagram ist zu lesen, wartet auf die endgültige Ankunft des Liebsten. Ob es dazu kommen wird? Aktuell ist Ulrike in Deutschland und klappert mit Heiko nicht nur seine Heimat und Familie in Bayern ab, sondern auch ihre in Ostdeutschland bei Kindern, Freunden, Ex-Kollegen, Nachbarn und Co. Jeden Tag steht offenbar ein strammes Besuchsprogramm auf dem Plan. Nebenbei will die 57-Jährige Fakten schaffen. In dieser Woche wird Tacheles über die Zukunft geredet, kündigte die Bauer sucht Frau Kandidatin an. Fans in Sorge um Heiko, mein lieber Schwan. Inmitten dieser unklaren Situation postet sie ein Foto nach dem anderen von den Stationen ihres Heimatbesuchs mit Heiko, doch die Fans reagieren teils besorgt. Und der arme Heiko muss überall mit und wird rumgereicht. Mein lieber Schwan, das nenne ich mal ein volles Programm. Wow, da habt ihr aber ganz schön was abgeklappert. Hört sich alles sehr schön an, Familie und alte Freunde zu treffen. Smiley mit Herzen als Augen jedoch auch etwas stressig. Ihr steht gar nicht mehr zusammen, Nanu. Heiko muss ja ein ganz schönes Pensum durchmachen. Ihr habt ja gar keine Zeit für euch alleine. Heiko lernt Ulrikes Kinder kennen und sorgt erneut für Lacher. Auf eine weitere Frage, ob die beiden überhaupt noch Zeit für Zweisamkeit hätten, antwortet Ulrike. Wir sind ja zusammen und er möchte ja mein Leben kennenlernen. Ein gutes Zeichen also, dass die beiden so viel Zeit miteinander verbringen und das Leben und die Vergangenheit des anderen kennenlernen. Womöglich war das Tacheles Reden also von Erfolg gekrönt. So traf Heiko beim Grillen im Schrebergarten unter anderem Ulrikes Tochter Maike, sowie ihren Sohn, der als Straßenbauer arbeitet. Während dieser sich auf einem Schnappschuss braun gebrannt und oberkörperfrei und Ulrike in einem luftigen T-Shirt zeigte, war Heiko in eine warme Decke gehüllt. So ist es, wenn in einem Schrebergarten im Osten ein Wessi mitfeiert, scherzte die 57-Jährige. Während der Hofwoche war es noch umgekehrt gewesen, da hatte der Bayer seine Ulrike gleich am zweiten Tag in Unterhosen überrascht. Untertitelung des ZDF, 2020